Ja! Aussteigen! Kaffner hat den Raubwater getroffen Ähm... Benni? Können wir was am Arsch hängen? Sollten wir vielleicht vorher verstören Sollten wir die Tür öffnen Sollten wir die Tür öffnen Sollten wir die Tür öffnen? Du hörst mich, Jack? Du töten meine Freunde! Du zerstörst meine Produkte! Ich bin die letzten Welt-Prepublik-Existence und ich werde Teabag' deinen Korn! Minion! Fertig mit deinem Gesicht, während ich mein Weg über die Tür-Kontrollen Soll ich den hier gedrückt halten sogar? Bei manchen Waffen nicht Ich weiß nicht, was ich verstehe Der lebt noch, ne? Wie du ihn grad angeschossen hast? Wo ist die Beine angeschossen? Ja Ich dachte, du machst auch noch ein bisschen was Ich muss diese Tür öffnen! Du denkst, eine Tür kann mich verhindern, Jack? Ich wurde die Tür öffnen! Ich wurde die Tür öffnen! Hahahaha! Oh weiher! Bitte! Guck mal, die Tür. Die Tür hat gerade voll fette Schrank noch davor bekommen. Läuft. Fette. Oben. Au. Oh fuck. Können wir nicht aufheben? Okay, hat sie ledig. Bin ich dafür fast im Arsch. Er war ja auch fast im Arsch. Ich hab bloß noch jemanden... noch einen erwischt. Die Tür ist aber schon tot. Hm, keine Muni mehr. Von Raketenwerfer. Schlecht. Ich sag ja, mach den Nerf am Muni, das ist nur schwierig. Den treffe ich nicht. Müsst ihr wirklich. Was bringt ihr denn? Doof? Ränder mir. Schuld. Sehr gut. Hätte ich das nicht von Anfang an machen können? Ach fuck. Was ist denn los? Ja. Ich hab ein kleines... Gesundheitsproblem. Ah, mit dem da. Naja. Ah... Hä? Ist da nur irgendwo Energie? Hier vorne, recht vor der Tür. Das Ding hab ich gefragt. Bist du hin? Ja drüben. Kann er ja eine Seite hochbauen? Ne, er kann keine Stufen laufen. Minion, du musst es ohne mich gehen. Mach deinem Master stolz! Ja, er kann es schon machen. Aber er hat es gerade mitgekriegt. Er wollte ihm sozusagen die Augen selbst ausreißen. Wie kennst du, dass Stairs waren meine... Ja, wie kennst du, dass Stairs waren meine einzige Weakness? Mit Englisch hätte ich dann so ein Problem langsam. Hm? Hm? Was ist mit Englisch? Ich glaub so weit sind meine Englische Kenntnisse nicht vorher ausgebildet, dass ich das nur verstanden hätte. Der Witz ist, du würdest es wahrscheinlich verstehen, wenn du einfach mehr auf Englisch spielen würdest. Das gewöhnst dich dran. Am Anfang hab ich auch fast nichts verstanden. Ich hab mich mit der Zeit dran gewöhnt. Wenn ich dann halt meine Wörter gar nicht weiß, hab ich halt nachgeguckt. Was ist das denn? Technopile-Mod ist ja gar nichts geiles dabei. Schau! Guckst du mir jetzt so lange nach? Ja, Schilder und... Moment, an der Zeit könnte ich... So, fand ich irgendwie so was Verstecktes? Ach ne, da muss ich so weit reinlaufen. Will ich das jetzt schon machen? Minus 1600. Leben. Hm. Aber halt ein 4.500er Schild nach. Ich glaub ich nehm das 3.000er Schild mit... Das... Oh. Ah, hier. Flop, flop, flop. Carrier-Shield-Explosion ist eigentlich ganz geil, muss man ja mal so sagen. Bam. Ich bin hier willkommen. So, in Level 32, aber ich bin noch gar nicht in Level 32. Amal ich? So, fertig. Das da, das da, das da, das da. Das da, das da. Ich krieg auch vorn, obwohl ich mit mir schmacht. Ja, weil ich ja Gegner töte und du im gleichen Bereich bist. Da kam mir grad ein Messer entgegen geflogen. War das eine Drohung? Nee, aber wenn dann Zufall. Ich durf grad da gemütlich lange auf dem vollen Messer entgegen. Hätte ich mir andersweise in eine Richtung geschossen. Boah, Entschuldigung. Glaub ich will hier hoch. Nee, doch nicht. Hm. Was ist denn das? Was ist denn das? Was? Was das sich da eröffnet? Da kommt Gegner raus. So, es ist weg. Da kommen nochmal welche. Prick. Nee, das ist doch unsere. Er ist, er ist uns. Ja. Ach Gott, schreit er wieder rum. Was hat, was guttet er denn? Er muss jetzt irgendwie... Ja. Okay, jetzt rennen wir mit ihm zusammen hier rum. Okay. Kommst du mit? Ja. Lass mir Zeit. Fuck ja nur. Ja. Ja. Ja, muss das schnell durch. Was sind die Gegner? Ich glaub der haut die kleine kaputt. Level Up! Du? Du hast ja gehört wie hinter uns. Das wäre cool gewesen. Oh, oh. Oh, er hat wegschnapp geworden. Das ist ja nicht so welloptimized in dem Gebiet. So. Ist das hier oben? Ne, immer noch nicht. Wo muss ich denn hin? Ist ja noch weiter. Oh Gott. Oh Gott. Let's go! Der mit dem Backtracking ist bisschen nervig. Oh. 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 Nicht gut. Aua. Aua. Das sind die Türme da drüben. Kannst du die Türme schießen? Uiuiuiuiui. Das sieht ganz wenig ey. Okay. Das sieht schlecht. Kannst mit meinem Paketenwerfer probieren. Ja, das sieht mehr aus. Ich hab ein bisschen Problem überhaupt was zu sehen, weil bei mir ruggelt's. Okay, hier ändern Tyson. Ich hab mich ja nie ganz runtergestellt. Ja, aber bei mir ruggelt's trotzdem grad bisschen arg übel. Nicht gut. Nicht schön. Dann klöff ich dir. Oh, ich hab eine kaputt gemacht. Okay. Oh, oh. Nicht so viel als lauter. Oh, da ist ja noch einer. Fuck. Oh Gott, flieg ich denn hin. Ich hab grad drauf geschossen. Ich muss fast tot sein. Ja. Ich bin fast tot. Äh, ich bin tot. Fuck. Kannst du irgendwie aufheben? Moment mal. Vielleicht geht's auch so. Ganz schön. So. Zack. 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 Toll, jetzt geht meine Granate grad hoch. Die heilt mich ja auch. Von daher passt das schon. Kann's ruhig öfter mal reinwerfen. Da ist noch Lebensenergie. Aber du hast schon wieder voll. Nein. Ja. Ich mein Skill. Ja. Wait, wait. Jetzt hab ich doch mal drauf. Da muss ich... Wait, wait. Ich muss erst mal kurz zurücklaufen. Mach mal nicht so viel Party da vorne. Ich bleib erstmal stehen. Ganz ruhig mit der Ruhe. Egal, machen wir weiter. Nein, sie schießen sie ab und die werden jetzt die Runde gesaugt. Moni! Moni? Moni, 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 hey, Moni. Das ist wieder etwas Großes, ein Konstruktor wieder. Granate los. Toll. Ich muss mich wechseln, ich dachte das ist gar nichts mehr. Du hast mal eine Granate hingeflogen, ey. Granate? Packest du eine Granate? Ah, jetzt halt. Wo stehen die denn? Oben drauf halt. Ein bisschen seitlich. So, die kann ich besser ziehen. So. So. Ein bisschen extra Armbau nur für High Fives. Sozusagen übersetzt. Mh. Alles in Englisch. Der Bandage hat mich. Gut. Der Bandage hat mich. Du, 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 du. Das ist nur ein Checkpoint, wo du grad dran stehst, ne? Hm. Er hat einiges. Ich weiß nicht, was du grad tun wolltest. Sag's ja nur. Komm hier nicht hoch! Ihr bist spannerei. Wir sind von der anderen Plattform. Hochgesprungen. Ja, auch hoch. Geld. Nehmt Energie. Nix besonderes. Meins. Ja, meins, ne? Ich hab nur die kleinen Sachen eingesammelt. Das ist Munition und sowas. Was wir eh teilen. Aua! Irgendwie geht's ja grad wieder los. Behindert? Ich geh einfach mal auf die Fresse, ey. Die Waffe schief so schnell, wie du es drücken kannst. Ja, ja. Dann musst du halt nachladen. Oh, das ist ein Super-Battles-Loader. Scheiße. Hab die Granate geschmissen, aber. Ah, ich hol dich. Moment. Bist du schön weitgeholt? Ja. Blöde, blöde, blöde. Danke. Super-Battles-Loader. Der Bär ist tot. Ja. Der Bär ist tot. Der Bär ist tot. Das ist so eine Minigun, die schießt schneller, je länger du schießt, glaub ich. Wenn du willst, kannst du... ...Blickhorde. Das ist halt wieder Stromschaden. Ja. Nee, da hab ich echt keine Bock. Ich mag den Stromschaden im Spinn. Okay. Sind frei. Granate kommt. Ja. Yo, Energie. For the win. Hier ist noch Lebensenergie. Bei mir. Bin unterwegs. Oh Gott, hier kommt irgendwas geflogen mit Zierraketen oder so eine Scheiße. Ja. Ja. Um Bär ist konstruktor. Ja. Hopp dich am besten hin. Müssen ich da irgendjemand gut machen? Oh. Ja, su cubed. Ich hab grad nen Klon erzeugt. Höööööö. Hop, 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 hop. Und noch ne Granade. Wahrscheinlich hast du Auge drauf, ne? In Theorie, schon, ne? Au,au,au,au! Nicht gut. sich dann hilft mir vor der Frage um Leben zu bleiben der hat echt viel in die Energie, krass da sind die Raketen zu mich gegangen das war nicht so klar ja hab ich mich direkt wieder tot wenn ich den Raketen noch fliegt aber du kannst mich jetzt wieder aufheben nicht mal da schießt noch irgendwas ab einmal in die Richtung geschossen, hinter uns ist sogar noch was au, schieß jetzt grad was ist das? ja wo ich bin dumm Dankeschön warte hier ach so das ist noch der Infiltrator hättest du mich den töten lassen, dann der hat noch volles Leben schießt jetzt schon wieder auf mich irgendwas fliegendes glaube ich ja da kannst du das mal machen das treffe ich nämlich nicht also das fliegt treffe ich nicht muss kurz nachladen der stand grad über mir der stand grad über mir ja hab ich die aufgehoben? ja ja die machst du automatisch wenn du Lebensenergie brauchst hier ist ein 7000er Feuerraketenwerfer oder was schießt denn noch auf uns? ne brauch ich nicht jetzt nicht mehr ich mach dem Ding 38.000 Schaden ey ja 15.000 Schaden macht meine Rakete überhaupt oh guck mal hier gibt's Loot hier oben gibt's auch noch einen Haufen Loot Louis Loot und alles weiß und alles weiß